Jo Leute und willkommen zu einer weiteren Episode des CSQ Adventskalenders. Heute ist der 16. Dezember und es gehen wieder einiges an Skins an euch aus. Denn ein nicer Boy von euch hat da einiges reingeoffert für den Adventskalender. Und zwar bis jetzt auch den größten Offer den ich bekommen habe. Und zwar von dem der kleinen Stone nennt er sich. Ich verlinke sein Steam Profil in der Videobeschreibung. Am zweiten Link ist sein Profil. Einmal danke an dich. Das ist echt nett, dass du den Adventskalender supportest. Und zwar die ersten vier Preise sind von ihm. Und dann kommen noch zwei Preise von mir. Der erste Preis ist ein Bundle mit der SG, also mit dieser SG, dann diese, so diese zwei SG's und dieser P250. Dann der zweite Preis, der ist dieses K20 Plus Sport. Der dritte Preis ist eine SSG Big Iron. Und der vierte Preis ist eine SSG Steadwreck Ghost Crusader. Ich glaube insgesamt sind das schon mal 8 Euro oder so. Oder 6. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es mir nicht angeguckt, also nicht nachgeguckt, was das so ungefähr wert ist, aber ich schätze mal um den Dreh 6, 7, 8 Euro. Und von mir gibt es dann noch eine Aukameleon als fünften Preis. Und als sechsten Preis einen Mac 10 Neon Rider. Es sind schon mal einiges ans Kind. Also bis jetzt glaube ich auch die höchste Anzahl als Preise, also auf einen Tag, was wir bisher hatten. Sonst war das größte, glaube ich, 5 Preise. Und ja, für die Leute was halt auch zum ersten Mal einschalten zu einem meiner Videos oder generell zu meinem CSGO-Adrenskalender. Erster Link in der Videobeschreibung. Daran könnt ihr teilnehmen. Also kommt ihr zu einem Video, in dem ich erkläre, wie ihr teilnehmen könnt, was gibt es zu gewinnen und noch ein paar Bonus-Features. Und also ich spoil auch gleich mal kurz. Um teilzunehmen müsst ihr ein Abonnent dieses oder meines Kanals sein. Ihr müsst das Video liken, was in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und ihr müsst unter dem Video kommentieren, was in der Videobeschreibung verlinkt ist. Dass ihr mir Kommentare hier darunter schreibt, desto höher ist eure Gewinnchance. So. Und wie ich auch gleich mal sagen, ziehen wir die Gewinner. Ich hoffe, das geht sich aus, denn ich habe 16 an ein 15 Mal vorgeladen. Und ja, ich hoffe, es gibt nicht allzu viele Revolts für jetzt bei 6 Preisen. Die Gewinner von gestern setzen heute natürlich wieder aus. Und ja, mir gibt es dann auch nichts zu sagen. Und lasst dann auch gleich mal den ersten Gewinner ziehen. Ich war gestern nicht bei den Gewinnern dabei. Mal Glückwunsch an dich. Du gewinnst das Bundle mit den zwei Scouts und den P250. Der zweite Preis war die Skar 20 Bloodsport. Die geht raus an Chris. War gestern ebenfalls nicht dabei. Glückwunsch mal an dich. Der dritte Preis war die SSG Big Iron. Genau. Die geht raus an LP mit Spike. Ist dann ebenfalls nicht dabei. Glückwunsch an dich. So, der vierte Preis war die SSG, ist der Drake Ghost Crusader. Die geht raus an den. Nein, der hat gerade. Sie geht raus an den. Oh mein Gott. Syah Kadal. Er war... Es ist bis jetzt ein Neuer. Also ich misse den Namen noch nicht. Wo runtergekommen. Also mal geht's jetzt an dich. Ich glaube, auch nicht das erste Mal, dass der Gewinner gewinnt. So, das waren mal die ersten vier Community Preise von der kleinen Stone. Der fünfte Preis war dann die Auge Chamäleon. Ein Mann LP. So wird das nichts. Denn du hast es schon. Die Auge Chamäleon geht raus. Ät, ja. Bapp. Der war gestern leider dabei bei den Gewinnern. Also... Sorry, mate. Aber du setzt heute den einen Tag aus. Jo. Jetzt kommen die Rebels nach... 3. Ein Tridorino. Der war gestern nicht dabei. Er gewinnt die... Au Chamäleon. Geht's jetzt an dich. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Preis. Das war die McTen Neon Rider. Die gewinnt. Oh mein Gott. Der hat's wahrscheinlich jetzt wieder ordentlich nachgelegt mit den Kommentaren. Ein Tridorino gewinnt's ja auch nicht. Denn der hat jetzt ja auch gewonnen. Mathio. Mathio war gestern nicht dabei. Somit geht der letzte Preis der McTen Neon Rider an dich. So. Geht, ähm... Glückwunsch mal an euch. Sechs. Schreibt mir... Oder schreibt einfach mal irgendeinen Kommentar in unter dieses Video. Dann werde ich euch kontaktieren. Das war's dann auch gleich mal mit den Skins für heute. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert mich, wer mich noch nicht abonniert hat. Und dann würde ich nochmal kurz... Einen Riesentank an der kleine Stone raushauen für diesen Offer. Wie gesagt, sein Steam-Profil ist in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch mal ruhig bei ihm bedanken. Und ansonsten zeig ich dann auch gleich wieder. Ciao und bis morgen. Euer Alex. Einen Riesentank an euch.